Ein neuer Kit, ein neues Glück. Hallo liebe Modellbau-Community, ich bin der Herr Schiff vom Modellbau-Club, die Steirer, und seht mal, was ich euch heute zeigen kann. Panzerkampfwagen 35T in 1 zu 72, kürzlich von Italerie, erschienen. Den kleinen Panzer schauen wir uns heute an. Wir haben da vier Dickel-Versionen in dem Bausatz, zwei von der Wehrmacht, eine slowakische Variante und eine rumänische Variante. Es ist sogar Figur dabei, das schauen wir uns dann auch an. Was sehen wir hier auf der Rückseite? Gleich die vier verschiedenen Ausführungsvarianten, eben die beiden deutschen Varianten. Das ist die slowakische Variante und das ist die rumänische Variante, wobei das ja so gesehen, wie soll ich sagen, als Alliator der Deutschen zu sehen ist, diese Ausführung. Ja, ein kleiner, lustiger Panzer. Kleine Hintergrundgeschichte von dem Panzer ist eben in der Tschechoslowakei entwickelt worden, ein leichter Panzer. Nach der Besetzung durch die Wehrmacht ist er logischerweise von der Wehrmacht verwendet worden. Das war so ab 1939. Das Tee, bei dem 35T, das Tee nicht verwirren lassen, steht in diesem Fall nicht für 30 Tonnen, weil 35 Tonnen wird auch ein bisschen viel für das Ding. Der hat nämlich effektiv gerade mal 10,7 Tonnen. Das Tee steht da für tschechisch und das war dann eben die Bezeichnung, unter die er bei der Wehrmacht eingesetzt worden ist. Hergestellt ist er vom Skoda worden und der Firma CKD, falls man das so ausspricht, das C mit dem Dächchen oben drauf. Was haben wir da für technische Daten? Das ist ein kleiner Panzer, also der ist 4,9 Meter lang, 2,16 breit, 2,21 Meter hoch, hat einen 120 PS Vierzylinder Benzinmotor von der Firma Skoda drinnen. Mit dem erreicht er eine maximale Geschwindigkeit von 35 kmh, bei einer Reichweite auf der Straße von 190 km und im Gelände bei die 115 km. So, soweit kurz zum Hintergrund von dem Fahrzeug. Was sagt uns jetzt das Modell, wenn wir uns da die Spritzlinge anschauen? Ja, tun wir das vielleicht ein bisschen weg da im Hintergrund. Ja, es sind, wie wir da schon sehen, nicht mehr die modernsten. Vielleicht sieht man es auch da relativ gut, auf der Oberseite. Ja, wie kommt es dazu? Dieser Bausatz ist als New Tool 1976 von SC erschienen. Tja, dementsprechend schon ein paar Jahre drauf, das Gerät. Danach hat ein Revell Hasigawa Polysteel und das letzte Mal 1984 eben die Firma SC wieder verkauft. Er ist jetzt seit 1984 vom Markt verschwunden und dieses Mal das erste Mal unter Italeri Branding wieder am Markt, allerdings ohne Änderungen bis am Dickelbogen. Es ist da irgendwie ein Gerücht rund gegangen, dass neue Ketten dabei wären. Ja, dem ist nicht so. Also zumindest nicht laut meinen Recherchen, weil der SC-Bausatz, den ich mir angeschaut habe in der Beschreibung, hat auch genau dieses Bauteil drinnen gehabt. Also neu ist da gar nichts. Es schaut da nicht neu aus, wenn wir uns das da im Detail anschauen. So, kommt da ein Fokus drauf. So, ihr seht, das hat nichts mit neu zu tun. Es schaut zwar nicht so schlecht aus, aber es ist jetzt wirklich kein Highlight. Was macht jetzt aber diesen Bausatz trotzdem interessant? Tja, eigentlich die Tatsache, laut meinen Recherchen in 1 zu 35 gibt es ein paar von diesen Panzern, sei es von Airfix Academy, Bronco, MPM und so weiter. CMK hat da auch was gemacht. Zumindest Zugrührsteile dazu. Der einzige andere 1,72er, den ich von dem Panzer da gefunden habe, ist von der Firma Attack Hobby. Ansonsten, ja, gibt es den nicht am Markt. So, dementsprechend ist das für Sammler, trotz seinem Alter, glaube ich, doch ein interessantes Modell. Wie wir schön echt gesehen haben, ist nicht groß, weil wenn wir da schauen, wenn wir da den Oberteil abmessen, ja, da sind wir so bei circa 5 cm gerade einmal. Vielleicht da noch. Da sind wir bei 6,5, wenn ich dann die Ketten so irgendwie dazu nehme. Also es ist echt ein kleiner Panzer in der Breite auch. Gerade einmal, da sind wir gerade einmal bei 2 cm circa. Also es ist wirklich ein kleiner, kompakter Panzer. Er hat ein spannendes Vorwerk, wenn wir uns das da anschauen. Wir haben eben da diese Konstruktion nachzubilden, mit den Blattfedern da drauf und mit den kleinen Laufrädern. Das ist dann hier jede Menge Laufrädern zum verbauen. Ja, ansonsten vom Detailgrad, ich versuche da einmal einen Fokus drauf zu bekommen. Also ihr seht, es ist zwar ein bisschen was da, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht einmal, ob man das erwähnen muss. So, wir haben da sogar, hier sehen wir sogar noch grau in grau, den SC-Beweis oben. Was haben wir hier im Unterteil der Wanne? Da erwartet uns eigentlich auch nichts Außergewöhnliches, als was wir oben schon gesehen haben. Also ihr seht, das setzt ja beim Turm fort. Der Turm ist da so ein zweigeteiltes Teil. Da haben wir dann den Rest für die Räder. Ja, hier haben wir sogar eben die kleine Figur, wie vorher schon erwähnt. Ich bringe den ins Bild. So sieht man es schön. Ja, finde ich aber lustig, dass zumindest eine Figur dabei ist, dass man da jemanden draufstellen kann. Aber gut, da haben sie sich scheinbar 1976 auch schon Gedanken dazu gemacht. Schauen wir uns vielleicht vor der Anleitung noch kurz den Dickelbogen an. Das ist eben der Dickelbogen dazu, wie ich schon eingangs erwähnt habe, für diese vier verschiedenen Varianten. Was ich eben gar nicht schlecht finde, sind eben diese Dickels da, dass man eben auch eine slowakische Variante darstellen kann. Das war dann eben vor der Besetzung und dann auch eben die verschiedenen Varianten. So. Hier haben wir dann die Anleitung. Positiv in der Anleitung wieder in Farb gedruckt. Diese vier verschiedenen Varianten, die man da bauen kann. Wie wir es auf der Rückseite vom Karton schon gesehen haben. Ansonsten sind wir da wirklich... Ja, wir sind wirklich... Das sind alle Bauschritte, die es abzuarbeiten zu arbeiten gilt. Wie ihr seht, ist das nicht... Nicht besonders viel. Schauen wir uns das da einmal an. Also es geht da eben los mit den Antriebsrädern. Ja, mit den oberen Laufrädern. Dann haben wir da schon eben das Fahrwerk, was ich gesagt habe. Das ist halt ein Gefriemel, weil ich eben acht Räder pro Fahrwerk habe. Die zwei Blattfedern dazu, das Gestell. Also da gehen eigentlich die meisten Bauteile von dem Bausatz drauf. Das muss man halt viermal bauen, viermal da durch. Dann hat man diese vier Einzelteile, die da einfach drauf kommen und dann wird da schon rundherum zugemacht. Unterwand ist dann fertig. Dann kommt da herüben schon oben drauf. Hinten ist noch so ein kleines Abschleppseil dabei. Da spannen wir schon die Ketten da drüber. Dann bauen wir da noch den kleinen Turm zusammen mit unserem Kameraden da. Und dann sind wir durch. Also es ist jetzt wirklich überhaupt nichts Aufregendes, das Ding zu bauen. Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Friemlerei. Aber da braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass da irgendwas nicht klappen sollte. Ja, was soll ich dazu sagen als Fazit? Also es ist jetzt halt absolut nichts Besonderes als Bausatz. Es ist eben ein alter, also wirklich ein alter ESC-Bausatz. Eben wie gesagt, New Tool 1976. Also das ist ein Wunder, dass die die Form überhaupt noch gibt. Also irre. Aber die muss jetzt in irgendeinem Lager seit 1984 verstaubt sein. Italerie hat es gefunden und bringt ihn jetzt 2021 wieder am Markt. Also da ist wirklich viel Zeit dazwischen. Sammler im 1,72er Maßstab. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Könnten sich freuen über den Bausatz. Kostet ja auch nicht die Welt. Anfänger, wen er gefällt. Warum nicht? Wie gesagt, das ist ein bisschen eine Friemlerei da unten mit den Bauteilen und dem Bauteilen. Also ihr seht ja, das ist ja alles relativ klein, was ihr da bauen müsst. Weil wenn ich jetzt da so ein Laufvorwerk hernehme, das hat so eineinhalb Zentimeter circa in der Länge. Ja, da vielleicht noch ein bisschen breiter. Was haben wir da? Ja, so sind es zwei Zentimeter sein. Und auch so ein Laufrad hat ja keine fünf Millimeter im Durchmesser. Also das ist halt schon sehr klein, was uns da zu verbauen gilt. Könnte ich mir vorstellen, für Anfänger eventuell doch. Relativ ein Frustfaktor. Es gibt simplere Bausätze, was ich Anfänger eher empfehlen würde, wo eben eigentlich dieses komplette Kettensegment eines ist. Das sind diese, die fürs Wargaming gedacht sind, wo man im Prinzip eine Unterwanne, Oberwanne hat, den Turm baut man zusammen. Dann klipst man die Vorwerke mit den Ketten seitlich dran und ist da mehr oder weniger relativ flott fertig. Wenn man irrsinnig viele Modelle braucht für eine große Geschichte, ist das eine tolle Sache. Manche sind da vom Detailgrad auch gar nicht so verkehrt. Also ich glaube, die können locker mit so einem Ding auch mithalten. Wer ein bisschen mehr Modellbau-Herausforderungen haben will, ist das sicherlich gut bedient. Ansonsten gibt es da eigentlich nichts Großartiges zu sagen zu dem Bausatz. Also ja, fällt mir auch nicht mehr dazu ein, außer dass im Fans dieser Thematik und vor allem auch diesen Zeitabschnitt, das sicherlich ihre Freude haben werden. Weil wie gesagt, es ist durchaus ein seltenes Ding, dieser Panzerkampffang 35T scheinbar. Habe ich vorher nicht gewusst, ist mir eben auch durch die Recherche erst aufgefallen. Ja, dementsprechend um die paar Euro kann man da durchaus zugreifen und man darf sich halt nichts erwarten. Also wie gesagt, es gibt ja im Aftermarket ein bisschen was. Aber ja, man darf sich halt von den Dingen, darf man sich nicht viel erwarten. Und wenn man keine großen Erwartungen drauf hat, hat man glaube ich auch sehr Freude damit. Gut, in diesem Sinne, es war mir wieder eine Freude. Danke an die Italerie, dass wir das geschickt haben, dass wir das mal anschauen haben können. Und in diesem Fall, ja, was sage ich euch in diesem Fall, die Geduld stehe euch bei, wenn ihr mir das Lauffahrwerk anschaut. Bis zum nächsten Mal.